Glastechnik Kirste Remda. Als Traditionsunternehmen der Thüringer Glasindustrie fertigen wir seit über 100 Jahren hochwertige Glaserzeugnisse für namhafte Hersteller in Deutschland, Europa und Übersee. Einer unserer Produktschwerpunkte sind kalibrierte Präzisionsglasrohre. Hier fertigen wir mit Hilfe von Spezialwerkzeugen bei Kolben, Wellen und Zylindern hochpräzise Geometrien. Durch unsere CNC-Bearbeitung können vielfältige Sonderwünsche hinsichtlich Form und Gestalt realisiert werden. Ob dekorativ oder hochpräzise, die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns Verpflichtung. Glastechnik Kirste – Präzision in Glas